Klaas? Ah, und Obsidian. Obsidian hätten wir sogar. Äh, wo? Pssst. Wir hatten mal. Kannst doch gleich mal ein paar Eisenglöcke cheaten. Dass wir ein Full-Biegen haben. Ey, du müsstest doch Obsidian haben. Noch. Du hast doch das Netter-Vortrag gebaut. Guck da mal in deinem Inventar. Alter, du hast ja gehört, ob du den Jank schickst. Alter, ich hab den Maul. Hab ich nicht. Also, ob du den Jank hätten wir. Danke. Alter, das ist Fake, ja. Wo kriegen wir jetzt Klaas her? Was ist denn vom Bildschirm? Der tot ist. Stark. Warum ist der bitte tot? Wie ist der Kyse? Lass mein aus? Hatsch. Nännchen auf. Hatsch. die man ist ja wunderschön aus die häuser stehen noch irgendwelche links mit silkt hat ich lehnte das ist das falsche klasse das ist falsche klaus sie brauchst du klaus blöcke oder nicht naja das sind scheiben kriegen wir denn das macht das leben besser hier ist ein dorfbewohner hier ist ein dorfbewohner ich weiß dass da ein dorfbewohner ist ich hab das schon gesehen da ist noch ein dorfbewohner die leben hier noch da ist noch einer als baby dorfbewohner sogar wir sind drei dorfbewohner insgesamt das war gar nicht ich habe mir wird es fühle ich mich wünscht der 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 buch buchhalter buchhalter hat eine 50 prozentige chance dass der buchhalter ein dresen tot wow hey da sind bauer haben wir einen villager und einen leserpult wir haben vier haben wir einen leserpult nein kann man die kaufen ja irgendwie mit bücher die wir aber nicht haben heißt es hier kein zuckerrohr gibt wir mussten dörfer suchen hey ich bin aufs dörferjagd ok ich weiß wo ein dorf ist ah hey hier hat auch noch einer überlebt hey überlebt einige weißt wo ein dorf ist ja oh wir machen das Kamanga hast du nur das Backup gemacht von unserem Dorf und mehr nicht Ja Alles andere ist nur so eine flache Welt Dorf Wo? Bei mir Habe es gefunden Wir sind ultra schnell Das ist wie die Gonzalesel Ich brauche Strom, dass wir verkaufen Geh mal weg hier von meinem Stroh, sag mal Wie so eine Fliege Miesige Fliege Zug mal weiter Oh, ich habe ein neues drauf gefunden Oh, ich habe Bücherregale Oh, ich habe einen Lesenpult Leute, jetzt ist es egal, ob wir cheapen oder nicht Einfach rausfahren Weil das Projekt ist schon zu Ende Geht's doch zu So macht's mehr Spaß Warum haben wir so nicht die Mütter besiegt So auf Drogen Ist eben, Junge, eben Wollen wir den auch mal besiegen? Das wäre noch ein lustiger Los geht's Aber diesmal cheat mir alles Mit Nether-Ausrüstung Ja, ja Nether-White Können wir besiegen den dann nochmal Mit Nether-White? Ja, ja Warte mal Kill Äh, ja, ja Ich bin das für immer jetzt Ne, nur für vier Minuten Warte Wie war denn Wie war denn das Maximum? 999 Ich weiß es nicht Kann sein Ja Wir haben jetzt für immer Speed Irgendein Dorfbewohner seinen Job verlieren Und dafür einen besseren Kriegen Ja, ja 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 Nein, dafür muss er was Das mal abbauen Und einen Tag machen Arbeitet der Hier so Ich will erstmal kurz treffen Ja, ich hab's Ja, hab's Wie so ne Fliege Jetzt weiß ich warum Fliegen die Rausfinden Hat der jetzt Hat der jetzt Ist der jetzt Farmer geworden? Nein, er ist Dingster-Bimmster geworden Hier Äh, hier Pfeil Aber ich treffe dir grad ja auch nicht So fühlt sich ne Fliege an Wenn es immer nicht die Tür trifft Und das Fenster Der ist immer noch Maurer Äh, also ich hab ja auch Nichts Nein, mit dem hast du nicht gar nütz Was will er auch? Nein, du musst cheaten Ja, ich geh Manni Manni Ich helfe die Tür nicht Mach die Tür auf Mach mal die Tür auf Wie du so von ganz weiten Und, was verkauft er? Äh, griff Äh Er hat aber viel gekauft Ich kann dir ein M mitgeben 6.000 Ja, der verbisst sich Boah, Junge Wie viel Guck dir das an Ja, aber das kann auch mal Ja, aber ich kann auch mal Ich kann es gar nicht aufsammeln Das sind 6.400 Das ist mal Ich kann es gar nicht aufsammeln Das ist, glaube ich, zu viel Wie kommen wir jetzt hier raus? Boah, Junge Langsam lag das Spiel Hö Und? Gleich Gleich ist es Danke für die Emils Ich glaube, er hat es geschafft Er entwickelt sich Mir mal bitte irgendwie Lava oder so machen Nein Das Haus ist aus Holz So ist es doch Wunderseilfrei Und? Hat der Knaß? Nein Ist mir egal Ich tue den nicht so weit So, jetzt gib mir Give me Ich muss mich in irgendeine andere Ecke hinstellen In den Zahlern Elias Ja Was denn? Ja Ich muss Ich muss Mach mal bitte irgendwie Die Blöcke weg Hm? Die items meine ich Dass ich immer nur einen einsammeln kann, das ist gerade so nervig. Okay, er levelt sich wieder. Oder? Doch nicht? Brauch's mal halt. Man, hier hinten in der Ecke liegen noch mal das Mal. Oh, er hat Glas. Er hat Glas. Das ist schön, und jetzt? Was wollten wir damit? Hast du bieten? Den bieten? Das ist überhaupt das richtige Glas? Ja, ja. Sicher? Ja. Quick out. Und jetzt? Kann ich jetzt bei deinem Haus auch mit Glas machen? Nein. Was bei mir aber, damit mein Haus schön aussieht. Ja. So, jetzt mach ich mir ein Biegel. Ey. Das. 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 Was? Nein. Ich bin drin. Ich bin wieder drin. Das ist so anstrengend auf Dauer. Ja. Ja. Ha. 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 Das. Ha. Ha. Und selbst für ihn haben wir die Pfeile gegetet. Ha. Da. Ja. Warte. Wir brauchen Eisen. Mööööö. Damit er leuchten kann. Hier geht's nur kaputt. Ach ne. Der ist Gift. Ne, sie Eis ist. Eisenflecke. Äh, was ist das höchste? 64. Keine Ahnung. Netherride, oder? Ja. Was ist das? Nieterreiz. Ah. Danke. Hm. Brauchen wir das auf? Na genau hier. Richtig so. Ja. 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 Das müssen wir noch größer machen. Hä? Was baue ich hier? Weiß ich nicht. Für ein merkwürdiges Konstrukt. Ist das überhaupt ne Mitte? Nein. Das hat keine Mitte. Aber jetzt. Nein. Immer noch nicht. Können sie uns recht haben. Ja. Ich weiß. Wie bringe ich es dazu, eine Mitte zu haben? Geben mir. Geben mir. Ja. Es hat immer noch keine Mitte. Aber ich glaube eins ist jetzt noch so, ne? Ja. Und noch höher. Noch höher, noch höher, noch höher. Ja. Wie? Ja. 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 Und jetzt... Nein! Nein! Das ist bescheidig! Dieser Block muss weg! Das weiß ich ja nicht. Ich dachte, der gibt uns die Ultimotive-Power. Du musst mal dauern. Ich nenne es die Chaos-Folge. Wir sind Spinner! Du musst... Mach mal Tag hier, euer. Diese aggressiven Viecher, aber... Wir cheaten hier mehr als... Es ist immer noch ein Tag! Ich glaube, wir cheaten gerade mehr als in meiner ganzen Mai-Gebühr-Karriere. Da war ich raus, das ist halt noch! Warte, das ist gleich. 3, 2, 1, go! Das nehmen wir stärker, ne? Ja, der leuchtet. Ah, der leuchtet... Was machst du? Weiß nicht... Sag mal, lässt du, dass das immer sein? Ich will da immer mehr drauf klatschen. Kann man da auch mehr Dinge drauf machen? Nein. Was? Wir machen noch mehr Schnelligkeit. Jetzt sind wir noch schneller. Jetzt können wir höher springen. Wir machen noch mehr Schnelligkeit. Nein. Boah, Junge. Ich fand da eh nichts. Und jetzt? Den wieder nochmal. Ja, stimmt. Mach mich mal creative. Dass wir uns voll Net-Arbeiten so machen können. Da. Einen Taus mit den ganzen Papierdingern und so. Ähm. Sehr. Gut, das passt. Denk dich mit Schrott. Denk dich mit Schrott. Bedecken. Okay. Habe ich noch. Okay, und jetzt? Dessen haben wir... Warte. Schild, 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 schild. Kaulquappen. Warum? Weiß nicht. Weiß nicht. Kaulquappen sind toll. Ich glaube nicht. Aber auch nicht. Aber auch nicht. haben wir zu betrunken. Seelen. Sand. Und äh. Wither. Kopf. Und überleben müssen wir sein. Und überleben müssen wir sein. Und? Ich auch. Ich will aber auch zuweilen sein. Ach so. Ich hab vergessen, dass er explodiert. Ich nicht. Ich bin zu schnell für ihn. Ich bin Flash. Es ist blöd, wenn du in nem Loch bist. Haha. Ja, auch wieder wahr. Aber echt bin ich denn im Loch. Warte, mein Bogen. Ich treffe ich. Na doch. So. Also so. 30% treffe ich was. Wo ist denn kriegst du hin? Kann ich mich mal in Ruhe lassen? Trefft du dich jetzt an? Ja. Nehm ich vielleicht tot. Wird es gar nicht so machen. Die Redstone äh. Die Redstone äh. Die Nether Dings macht schon viel. Äh. Doch ich mach die nicht. Ich hab die ganze Zeit abgekriegt. Ne du bewegst dich null. So. Da musst du. Ne weißt du. Wir müssen auch diese äh. Was du vom Kugelfisch bekommst. dieses. Verschwommene Bild. Na wo du. So wirklich auch. Verschwommene Bild. Ja weil das so laut ist. Hast du Gift? Ne nicht Gift. Das ist das andere. Wo du hier. Wo du hier. So schlecht sehen kannst. Wo dein Bild so wackelt. Na genau sehr. Keine Ahnung ob es noch sehr heißt. If. Z. Und Speed bräuchte immer wieder. Kann man nicht dauerhaft Speed irgendwie jemanden geben. Ne. Meinst du das? Ja. Kann ich dich noch treffen. Ja. Und dann äh. noch Speed. Oh das wird jetzt richtig geil. Ja. Oh Alter. Ja. Ich hab mich getroffen einmal. Echt. Ich hab keinen Dienst mehr. Ja. Junge. Alter. Okay. Das ist. 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 Das sieht so aus. Als würde ich so Schiff fahren oder so. Ja. Das sieht. Wirklich so aus. Aber so halt. Nicht normal Schiff fahren. Sondern wirklich hier. Mit Wellen und so. Ja. Aber ich treffe etwas. Ich nicht. Ich hab auch keinen Bogen. Ah. Er ist auf diesen. Hä? Er war. Aber wieder. Er ist wieder. Der heilt sich so schnell. Komm runter. Du blöder. Ja. Warum hast du was geschitten? Aber ich nicht. Komm. Nein. Ich bin normal wieder. Vielleicht nicht mehr. Ja. Wo seid ihr überhaupt? Ah. Ich hab. Sein Kopf gefunden. Hm. Ah Junge. Kannst du mal helfen? Fuck. Übrigens. In den letzten Winter hab ich gel- Ah ne. Nein Spaß noch nicht. Hä. Aber ich hatte neller Schweren gehabt. Neller Schweren auch. Glaub ich zwei. Weil bei den Statistiken steht halt. Äh. Steht halt bei Kreaturen. Äh. Wenn du runter scrollst. Witter. Du hast zwei erlegt. Wir haben da zwei bekannt. Witter hatte ich nur. Glaub ich. Zehnmal. Erlegt. Und jetzt? Äh. Fertig. Projekt Sonder. Du hast Spieler nie erlegt. Ich hab dich nie gedötet. Ich bin aber von dir sechsmal gestorben. Ja. Okay. Willst du nochmal das ganze von oben sehen? Nein. Ich aber. Ich bin raus. Warum gehst du jetzt? Warum nicht? Alter. Wie das bombardiert ist. Aber Gott sei dank unserem Dorf geht's gut. Naja. Ich würde dann sagen. Das wär's für dieses Projekt gewesen. Wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like da. Abonniert. Aktiviert die Glocke. Um keine Videos mehr zu verpassen. Ja. Mal gucken. Ob wir wieder so ein geiles Projekt machen werden. Safe. Warte. Warte. Ich komme zu. Es wird nie wieder mehr sein. Projekt geben. Nein. Spaß. Ähm. Ja. Ich hoffe euch hat das Projekt wirklich gefallen. Ähm. Wirst du noch was sagen? Nö. Wie hat's dir gefallen? Ding. Keine Ahnung wie es mir gefallen hat. Wir haben es lange nicht mehr gespielt. Ich fand's lustig. Mh. Ja. Wir werden dann hier vielleicht nochmal auch wieder alles explodieren lassen. Wieder? Wieder. Wie ins Hangul. Wir haben noch nirgends so was explodieren lassen. Doch ins Hangul. Ja. Aber sonst nie. Nein. Die Folge geht auch schon wieder. Also irgendwie. Also ich glaube wenn ihr das seht hier. Dann ist Folge 20 mittlerweile schon erreicht. Dann geht das Projekt einfach fast so lange wie Minecraft Underwater. doch. Naja. Äh. Äh. Ja. Das war's für diese Folge und für dieses tolle Projekt gewesen. Ähm. Toll. Wenn es. Ja. Ich fand's toll. Wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like. Da abonniert. Aktiviert die Glocke. Um keine Videos mehr zu verpassen. Ja. Äh. Bis zum nächsten Projekt. Und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Jetzt kann ich War Thunder zocken. Nice. Ich dachte wir nehmen jetzt noch Badwars auf. Alles gut. Was für Badwars auf einmal? Ich dachte ich zock jetzt War Thunder. Dann zock War Thunder. Bier? Okay. Ja. Dann halt Bier. Ja. Okay. Dann. Ich dachte es gibt kein Bier mehr. Oh. Oh. Oha. Oha. Ich will was trinken. Bis gleich. Mach das. Warte rein. Bis zur nächsten Folge. Und ciao. Alter. Das war ein verrücktes Projekt.